Ella? Wer bist du? Und wer hat dich hier reingelassen? Ich bin durch einen Schornstein gekommen. Schornstein? Woher kennst du eigentlich meinen Namen? Den hat mir deine Mutter verraten. Weißt du denn nicht, dass meine Mama ... Sie hat mir viel von dir erzählt. Ja, aber weißt du denn nicht, dass meine Mama ... Sag, mein Vater, ich komme nie wieder raus aus meinem Zimmer. Lass mich einfach in Ruhe. Du kleine Eidechse. Mir scheint, du bist auf einer sehr besonderen Heldinnenreise. Große Aufgabe. Den Ring hat mir deine Mami gegeben. Und ich soll ihn dir geben. Danke. Was hat meine Mama von mir erzählt? Dass du deine Pancakes mit extra viel Blaubeermarmelade magst. Und was noch? Dass du Mayonaesentost mit Gurke liebst. Und was noch? Dass du eine Aufgabe hast. Ich hab gehört, du wünschst dir ein Haustier. Schau mal in den Korb. Mit dieser Hustier. Ich hab' nicht mit der Hustier. Die. Ich hab' nicht mit der Hustier. Die. Ist das mein Hund? Die braucht dich. Ich dachte mir, du suchst ihren Namen aus. Wie wäre es mit Stella? Ein Stern. Sehr gut. Oder Daphne. Daphne ist toll. Ist wie bei manchen mögen es heiß. Mach die mal auf. Ein Halsband. Und eine Hundemarke. Jetzt kann nichts mehr passieren. Danke. Danke.